Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 mit Paxes. Und wir haben eine ganz besondere Folge, es wird jetzt keine Folge werden in der wir spielen. Es ist auch relativ spät und ich bin schon müde und alles, aber ich wusste, dass jetzt die Weekend Monatsbelohnungen da sind. Die Weekend League Belohnungen der letzten Woche habe ich abgeholt, meine 35.000 Coins. Wie ihr seht, ich habe auch ganz viele Packs mittlerweile, weil es gab wieder Tagesbelohnungen in ein paar Packs und ich habe natürlich auch meine Weekend League Belohnungspacks aufgehoben. Die machen wir heute nicht auf, da warte ich bis das Team of the Year in meiner Zeitlinie am Wochenende gezogen werden kann. Das heißt, da gibt es dann ein Pack Opening Video, wo ich nur die angesammelten Packs aufmachen werde im Shop und da dann auch wieder meine zwei Megasets und sowas aufmachen werde. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Heute gibt es das Pack für die Monatsbelohnung, das bedeutet 11 Foot Champion Karten aus all möglichen Inform Gold Spielern des letzten Monats. Da kann alles dabei sein, das ist richtig geil. Und da ist der Zeitpunkt egal, in so einem Pack kann jetzt keine Team of the Year oder sowas drin sein. Aus diesem Grunde Trikot Champions Elite, Champions Gold Trikot bekommen wir auch. Okay, aber mache ich eh nicht rein, dann quitten mich ja nur noch mehr Gegner und es sieht auch nicht so geil aus, die Trikots. Und ein Premium Foot Champions Set. So. Bevor wir das jetzt machen, irgendwo kann man sich doch anschauen. Team der Woche, Squad Building Challenges. Irgendwo kann man sich doch anschauen, Dream Squads, da kann man sich glaube ich anschauen, was im letzten Monat alles dabei war. Anspielstation Konzept, Liege, ah Konzept. Bundesliga. Ich bin gerade, wo kann man sich denn, ne Moment mal. Moment mal, Moment mal, vielleicht kann man das einfach dort da machen, wo man auch die Team der Woche anschauen kann. Kann man da die letzten Wochen anschauen. Challenge ändern. Aber wo könnte man sich denn nochmal die letzten Spieler anschauen? Also es gab, irgendwo gibt es eine Möglichkeit sich das Team of the Week anzuschauen, aber meine Teams, Dream Squads. Dream Squads, meine Teams, meine Mannschaften. Wo ging denn das? Ich dachte ich hätte das Team selbst aufbauen. Spieler hinzufügen. Spieler hinzufügen. Hä? Ich bin gerade, ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Ich weiß, dass man das irgendwo machen kann. Hier haben wir die Challenge. Challenge ändern. Ah, hier haben wir die Wochen. Team of the Week 17. Team of the Week 16. Moment, heute ist, da muss ich mal direkt meinen Kalender auf dem Handy aufmachen, damit ich gucken kann, was für Wochen das sind. Da, 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 da. Aber ich möchte natürlich das hier ein bisschen spannender machen. Also wir gucken uns zuerst an, was für Spieler wir rein theoretischerweise drin haben könnten. Da können wir wenigstens mal ganz kurz drüber reden. also team of the week 17 ist diese woche ist diesen mittwoch so das heißt das ist diese woche dann ist das letzte woche das bedeutet da war schon januar ja genau also brauchen wir dezember das war letzte woche das letzte woche januar so das heißt das ist dabei das war dann der 28 also 15 1 2 3 4 so von 12 bis 15 von 12 bis 15 die spieler können können rein theoretischerweise gezogen werden wir nicht gerade vertue aber ich glaube nicht das heißt wir schauen dass man ruhe an so reden wir erst mal darüber über welchen spieler ich mich am meisten hier freuen würde am meisten würde ich mich natürlich über reuss freuen weil den könnten wir direkt in die mannschaft nehmen dann bräuchten wir gar nichts mehr ändern das wäre super mega 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 geil andere spieler ich direkt reinnehmen kann gibt es hier nicht oder alle marken die schreit reinnehmen aber den will ich spielen da bräuchte ich also nicht für die liga den tor wieder bräuchte ich auch nicht wenn teke wahrscheinlich ein geiler stürmer so jetzt reden wir mal über spieler die krass werden muss ich mir echt drüber nachdenken würde in team drum zu bauen ramos 90er in verteidiger da muss man eigentlich ein fast also da muss man eigentlich ein team drum bauen wenn ich den ziel eigentlich muss muss da ein team drum gebaut werden dann alexis sanchez 90er stürmer mit absolut kranken werden 89 tempo 92 dribbling 90 schuss 87 trepp pass 83 physis da müsste ich mir eigentlich auch auf jeden fall ein team drum bauen costa wahrscheinlich nicht das ist eher so was wie ein hurricane das würde mir nicht ausreichen um ihn dann auf jeden fall zu spielen und mir ein team zu bauen so naengolan ist halt auch mega bombe das wirklich mega mega bombe aber ich glaube es reicht mir auch nicht aus so und es war es dann eigentlich schon das war es dann eigentlich schon ja es gibt jetzt hier auf den ersten blick auch niemanden den ich als wechselspieler spielen würde dafür sind die alle zu schwach ok kommen wir zur nächsten woche was ist los ich will noch nicht komplett raus habe ich gesagt zwölfte genau das heißt dreizehnte woche welchen spieler hätte ich denn da gern also interessanterweise ist gerade der second in von higua in drinnen und hier ist der in vom higua in so welchen spieler hätte ich denn da gerne a rovier wäre natürlich wieder mal perfekt weil dann könnte ich nämlich meinen in vom rovier verkaufen und den foot champions rovier reinnehmen da könnte ich schon wieder geld sparen also darüber würde ich mich auf jeden fall freuen dann war es das eigentlich an spielern die ich direkt ins team reinnehmen könnte so gewinnen würde mich freuen also higua in ist natürlich so ein krasser stürmer da müsste ich eigentlich ein team drumherum aufbauen ich meine 90er stürmer was soll ich dazu noch sagen sollte klar sein dann war die ist halt krassen oder ist halt vor allem schnell da würde mir nicht reichen den könnte man eventuell als wechselspieler mal probieren wenn man ihn als wechselspieler testet jordi alba ist halt absolut unglaublicher linksverteidiger da ist halt so krass 94 tempo 86 defense 87 dribbling 82 pass 80 füßes da müsste man sich fast schon da müsste man sich fast schon ein team drum aufbauen ansonsten könnte man wahrscheinlich auch super gut als wechselspieler nehmen weil er funktioniert auf garante auch als lm rm et cetera also da würde mich auch freuen aber ich glaube ich würde mir noch kein team aufbauen drum wenn jetzt quasi ihn und noch einen anderen geilen spanier oder aus der spanischen liga ziehen würde dann schon eher aber so allein stehen würde das noch nicht reichen gibt sonst noch irgendeinen schnellen spieler bei schnellen spieler die kann man gut einwechseln zaha den könnte man als einwächsler definitiv probieren war die übrigens auch aber deshalb eher ein stürmer nicht so der mlm et cetera auch der ist auch super schnell das heißt semedo könnte man testen als einwechselspieler aber es ist nicht das ultra krasse team mit italien wäre auch ein geiler ein wechselspieler wahrscheinlich um den würde ich mich ja würde ich aber glaube ich kein team aufbauen denke ich den wir zum wechseln nehmen ok so viel dazu kommen wir zur nächsten morgen die vorletzte so das ist natürlich ein krasses team der week team der woche okay den inform dem b der würde mich super freuen weil dann könnte ich nämlich meinen verkaufen und ihn als für champions reinnehmen logisch wäre richtig geil dann inform bruma würde ich auch gerne nehmen kann ich mich meinen auch verkaufen wäre also auch richtig geil noch irgendjemand second in von ballo telly könnte man mal testen könnte man mal testen statt in form la cassette aspilio quetta ist das nicht eigentlich ein außenverteidiger egal auf jeden fall als in verteidigung mit achten als in verteidiger mit 81 tempo ist richtig krass hat geile werte ins lassen nicht insigne lassen weil buena den donker komischer name ja also ja die zwei hätte ich halt gerne direkt im team dem bele und bruma jetzt kommen wir zu denen wo ich mir ein team drum bauen müsste ibrahimovic in form 91er what the fuck also da müsste ich mir dann leider gottes ein team drum herum bauen warum leider gottes weil ich keinen bock auf premier league habe aber den als in form zu ziehen den muss man natürlich testen und spielen und ja ich meine über die werde warum nicht reden 88 dribbling 92 schuss 94 pass 90 physis und da kann man halt das tempo einfach boost mit dem chemistri style bums aus nikolaus suarez also suarez suarez wie auch immer ja sofort wird ein team gebaut wenn ich den ziehen würde ich meine er ist noch kranker als ibrahimovic von dem habe ich auch nur gutes gehört 83 tempo 90 dribbling 92 schuss 83 pass 82 fußes der würde es würde ich sofort ein team drum bauen hätte ich gar keinen stress mit weil ich glaube der geht so unglaublich ab hier haben wir in form ericsson da würde mir nicht reichen um ein team drum zu bauen das heißt das würde ich nicht machen da wäre übrigens auch keine option für ein wechselspieler ich glaube dafür ist zu langsam also testen könnte man ihn vielleicht mal aber ich glaube da ist zu langsam mertens 93 tempo als stürmer 93 tempo 91 dribbling 90 schuss 88 pass hat er nur scheiß physis aber da müsste man eigentlich also den könne man auch als ein wechselspieler spielen weil er hat auch einen geilen passer wie man sieht den könne man als ein wechselspieler spielen aber er hat so krank gewertet er muss man schon fast als stürmer ein team drum bauen aber das ist ein kniffliger spieler da hoffe ich dass ich den nicht zieht damit ich keine schwere entscheidung habe und das war es glaube ich an den spielern wo es die muss echt krass fertig zu ziehen also er auf jeden fall noch klar tohüter handanovic in form 88 89 hechten 90 reflexe 91 ball sicherheit 89 position spiel wäre auch geil wäre auch geil und man muss halt sagen serie a und liga das ist sehr ja ist vielleicht dann sogar noch ein kleines upgrade wenn man von die gar wechselt zu serie a und dann so ein torhüter ist halt noch mal besser als werati oder fährmann also das wäre schon krass aber auch so ein spieler wo ich sage ob ihr lasst mich den nicht ziehen weil es eine schwierige entscheidung habe ich den dann verwende oder eben nicht aber mit dem kann ich alles machen als ein team aufzubauen bei eingewechselt wird natürlich nicht aspiro greater wenn natürlich ein richtig geiler in verteidiger aber das reicht mir nicht im team rum aufzubauen so kommen wir jetzt zum letzten team of the week bevor es dann endlich zum ziehen geht ich bin aufgeregt wen haben wir denn da wen hätte ich denn gerne ja natürlich in form la cassette dann könnte ich nämlich meinen verkaufen das sollte klar sein ich weiß gar nicht habe ich noch einen informtiago habe dann könnte ich nämlich auch verkaufen noch jemand den ich direkt in form tiago silber aber so vor dran mit dem 90er in form tiago der normale war schon geil da habe ich meine kurze zeit gehabt der inform ist glaube ich drei oder vierhunderttausend werden 90 ich meine immer noch sagen 2 90 defense 83 vieles und danach findet sich tempo richtig geil der wird sofort in mein team rein finden noch jemand den ich direkt ins team nehmen kann ich glaube nicht doch platten hat bei auch nicht schlecht dann könnte ich mein platten hat verkaufen aber da kommt halt irgendwann aber von daher auch nicht so krass jetzt die die hilfe das war es eigentlich schon so über wen würde ich mich freuen ikadi den habe ich ja schon gehabt als inform gezogen wenn ich ihn als foot champions ziehe würde mir glaube ich nicht reichen und da ich habe bisher nicht so viel gutes gelesen ich habe ein zweimal ein richtig krankes tor von ihm gefressen aber was ich so online über ihn gelesen habe war halt eher dass er sich nicht spielen würde wie die dritte inform von der karte und 87er ja hassa oh mein gott hassa als stürmer was der scheiße heile heule hölle hölle wie auch immer geht hier ab hassa als stürmer 92 tempo 94 dribbling 89 schuss 89 pass also den könnte man auch als cdm zur not spielen logischerweise aber ach du gott ich meine alles was alles alles spätestens ab 90 da muss ich natürlich ein team drum bauen da gibt es gar keine frage 91 hassa stürmer außer ein spieler wo die gegner so viel angst haben wenn sie ihn schon sehen dann pogba 90er das gleiche 90er den kann man als z m spielen den kann man als z dm spielen kann man als z o m spielen da geht alles wahrscheinlich sogar als z o m am geilsten 79 tempo 90 dribbling 85 schuss 89 pass 90 füße so mein gott so schneider ist auch nicht schlecht aber komplett falsche liga und auch so nicht gut genug bewertet der in verteidiger ist krass den hat man oft gesehen als in form also ihn haben einige gehabt in der letzten weekend liegt man hat auch geile werden natürlich tempo 86 defense 85 füße ich glaube das war's so ja es bringt jetzt nichts weiter drum herum zu reden ich würde sagen action jackson wir machen das pack auf und schauen was abgeht das wird krass das wird richtig krass jetzt oh gott oh gott ich glaube am allermeisten würde ich mich über reuss freuen weil ich mir den so schnell nicht kaufen kann und den könnte ich direkt reinpacken das ding ist wenn ich irgendeine geilen irgendeine geile karte ziehe wo ich ein team drum aufbauen muss dann muss ich erst mal ein team drum aufbauen und morgen ist wie der weekend liegt da habe ich keine richtige lust zu deswegen ja würde ich mich das sind alles packs die wir später aufmachen wenn dann das team auf der hier gezogen werden kann deswegen würde ich mich echt freuen wenn es einfach ein spieler ist den ich direkt verwenden kann am besten halt reuss das wäre so geil aber ich freue mich auch über den hasar als stürmer über den ibrahimovic über den suarez ich hoffe es ist nicht schlechter das pack als das von letzten vom letzten monat da habe ich nur drei karten gehabt hat aber eine sinnvolle karte gehabt mit so gerade ich hoffe dieses pack ist nicht schlechter ich mache es jetzt auf freunde ich mache es jetzt auf mein gott ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße warum sage ich ach du scheiße weil revier ist zwar gut für mich dann kann ich mein revier verkaufen aber ich sage ach du scheiße weil wenn das der beste spieler ist geil es ist kein gutes pack ich freue mich natürlich trotzdem über alles aber ich hatte halt gehofft dass irgendwas richtig geiles dabei ist ich denke dass das hofft man immer in so einer situation revier bringt mir einiges also heißt einiges bringt ein bisschen kohle weil ich dadurch dann halt den meinen jetzigen revier verkaufen kann tevez ist absolut egal weiß ich nicht den kann man vielleicht mit einem chemistry style katalys wobei man ihm den chemistry style katalys gibt könnte man ihn definitiv als wechselspieler testen weil er logischerweise dann genügend tempo und genügend passt hat ein geiles dribbling hat einen geilen schuss hat ein geiles füßes also als lm rm ich werde mal testen denke ich werde ihm den chemistry style katalys geben dann ist es nicht ganz umsonst carnese ist absolut egal keine rolle getto absolut egal hilton absolut egal es ist auch für die liga die könnte ich sogar für die liga verwenden weiß ich nicht ob ich den testen will ich glaube der hat keine so geilen werte da ist dann schon in vom klick und markenius besser ja ja die nehme ich nicht benalio ist absolut egal lobes ist egal wenn wenn er das ist egal roger ist leider egal es wird ja alles immer noch schlimmer deswegen fassen castillo west wurde es richtig hat es eigentlich richtig ist scheiß pack wenn ich mir überlegt das pack ist eigentlich nicht geiler als das letzte woche da haben wir auch ein 86er gehabt immer verwenden konnten hier auch vielleicht wird tevez cool als wechselspieler mal schauen aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht über das pack schade das ist das denn so wir packen jetzt zumindestens mal revier schon mal rein das ist ganz cool aus aber naja was soll es und wahrscheinlich ist auch revier nicht so viel wert also das ist halt leider das problem ist auch nicht wird auch nicht viel wert sein 70 68 ok das geht knappe 70.000 ist okay ich hätte weniger gedacht aber das ist okay immerhin ich meine was soll ich hier oben ich habe gerade in dem pack also das pack bringt mir gerade indirekt mindestens 65.000 dann habe ich mal in den pack 65.000 gezogen ach doch die karte war 100.000 wert scheiß pack nee aber ich etwas was soll ich rum ist geil man 60.000 aufwärts 65.000 ist geil alles gut den packen wir mal auf den solange ich die kohle nicht brauche werde ich noch nicht verkaufen weil er steigt vielleicht noch einen preis das heißt ich packe ihn mal nur auf die transferliste so unser freund ist da wieder ganz hinten als wie viele verdammte torhüter wir gezogen haben was ist das eigentlich für eine scheiße torhüter sind damit am wenigsten in den packs drin also torhüter sind am am wenigsten im team of the week drin und ich habe mega viele torhüter ich habe in dem pack 1 2 3 4 torhüter gezogen richtig geil von den elf spielern man vier spieler torhüter sind die dumm und das 86 aber echt der beste fackmann naja es sieht jetzt auch die liga ein bisschen cooler aus durch den roten das haben an jeder meinte auf den roten das ist doch schon mal besser als nichts aber wie gesagt ich hätte mich definitiv ja ich habe echt gehofft dass irgendwie noch noch geilere karte dabei ist schade so glaubt müssen wir noch kaufen für ihn so tevez tevez wer wird denn da jetzt getauscht wir haben einmal belarabi und wir haben hintep 31 spiele drei tore ein eine vorlage und 231 spiele 16 tore 24 vorlagen ich bin also vom gefühl würde ich halt sagen belarabi hat sich besser angefühlt aber es ist halt so also wir können einfach mal die wir können einfach mal nach quote gehen auch wenn natürlich das ein bisschen unfair belarabi hinter gegenüber ist weil belarabi so viel weniger spieler hat wir gehen jetzt mal nur nach reiner quote 31 durch 4 da sind wir bei 7,75 und also 7,75 aufgerundet 8 und bei ihm 231 durch 40 sind wir bei 5,75 also er macht und fast jeden sechsten spiel den scorer punkt und belarabi in in jeden achten knapp also die sind quasi genau ein scorer punkt voneinander entfernt und macht im durchschnitt mehr also wenn wir belarabi gegen tevez tauschen das schöne ist durch seinen schönen schuss haben wir auch einfach nicht das problem dass wir ihn jetzt zum beispiel maestro oder sowas geben müssen also den schuss brauchen einfach nicht verbessern wir können wirklich tempo und pass maximal boosten und er kann auch mal als stürmer eingewechselt werden wenn ich das will oder als zlm aber er muss halt einfach liefern das werden wir dann sehen ich bin gespannt aber er hat nur drei sternen auf den schwachen linken ok habe ich habe ich noch katalyst natürlich habe ich keine lust nicht mehr aber ich will das jetzt direkt hier geklärt haben deswegen glaube ich auch noch mal glaubt und katalyst ach man ich hätte trotzdem mich gefreut wenn irgend aber die wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr gering denn sehr sehr krassen stürmer zu ziehen wahrscheinlich ist die wahrscheinlichkeit einzuziehen der über 86 ist entsprechend gering und deswegen hat jetzt in beiden packs jeweils 86 so was wollte ich machen nachher das heißt morgen geht für mich schon wieder los mit der weekend league mal gucken ob ich entsprechende zeit habe und direkt freitags spielen kann und das heißt für euch die nächste folge ist dann schon die nächste weekend league für euch mit einem getesteten tevez als einwechselspieler und einem foot champions rovier immerhin wie gesagt ich kann ich bin jetzt war immer noch ein bisschen bedrückt und ich finde es schade dass ich nicht besser gezogen habe aber es hätte wie gesagt auch einfach 86er spieler sein können der mir gar nichts bringt so habe ich 65.000 coins minimum damit gut gemacht alles ok es hätte besser sein können aber es hätte auch deutlich schlechter sein können so chemistries da ist katalyst müssen wieder relativ teuer sein 43 zweimal für 4000 das ist so teuer da schlage jetzt nicht zweimal zu erreicht mir einmal klar ich glaube glaube ist auch der lieblings chemistries da bei den tourhütern 26 214 auch gott habe ich mir komplett bauen da waren die ganzen billigen am anfang die ganzen teuren am anfang zu sehen einmal 4000 daneben direkt mit oh verdammt ich glaube der hatte ich nicht dem revier von mir so viele verträge gegeben ich weiß gar nicht mehr ach so ich wollte mal gucken was verträge kosten ja wir gehen mal ganz kurz auf gold macht vielleicht mehr sinn 5000 geboten wurde 200 video mal 250 also ein seltener gold vertrag von 250 her ultra billig ich habe das letzte mal glaube ich 700 oder 650 ausgegeben also bis 500 würde jetzt mit bieten weil ich mir nicht vorstellen kann dass der dass man die im sofort kauf für 500 bekommt das wäre krass oder sind die preise gerade so niedrig da müsste ja zuschlagen wir kommen ja nicht ernsthaft für 350 oder was haben die denn gekostet 300 laufen für 300 aus ok das ist wenig was für 350 bekommen sind gold verträge gerade so billig ok da muss ich mir eine million holen ich habe noch 19.000 da müsste ich mir die restlichen 19.000 seltene gold verträge holen ach du scheiße die sind gerade bei 500 sofort kauf wahnsinn ach du scheiße da muss ich auf jeden fall bald verträge kaufen ja da gehen wir mal 450 ein und gucken mal was passiert ob es da auch noch welche gibt wir geben erst mal 200 ein und ich gucke mal ob es die 250 ob es die normalen gold verträge für 250 gibt ja die gibt es für 250 ach du gott das bedeutet dass man wahrscheinlich seltene gold verträge für 400 bekommt wenn man weit genug nach hinten geht die gibt es sogar für 200 die muss es für 400 geben dann das heißt ich gebe jetzt mal 400 ein und als maximal minimal sofort kauf nehmen wir 300 damit ich die ganzen 200 und 250 gar nicht angezeigt bekommen jetzt schauen wir mal ob wir seltene gold verträge finden für ja maximal 400 aber es muss doch eigentlich so sein oder also wenn man die jetzt für 250 bis oder 200 sogar bekommt die normalen dann kannst du da muss es die doch auch für 400 geben die seltenen problem ist halt es gibt einfach so viele beschissene normale dass ich ewig nicht nach hinten kommen sind jetzt gerade mal bei vier minuten und ich muss eigentlich fast zur stundenmark wahrscheinlich also ich könnte mir jetzt auch einfach für 500 kaufen es wäre immer noch preiswert aber ich bin mir relativ sicher dass es irgendwann mal recht weit hinten gold verträge gibt für maximal 400 das kann nicht anders sein man muss ja davon ausgehen wenn jetzt total easy die seltene die nicht seltenen gold verträge 14 oh ey fickt euch doch jetzt kann ich wieder von vorne anfangen was ist los ansonsten mache ich jetzt einfach in der web app also geh jetzt hier raus machst in der web app das geht schneller oder ich kaufe mir einfach die normalen verträge für 200 weil es scheint ja nicht so zu sein dass es total easy wäre jetzt gold verträge seltene für 400 zu finden das wäre also auch eine möglichkeit ich glaube man darf nicht zu schnell nach hinten switchen dann passiert das halt also ich mache es jetzt nochmal bis bis 11 minuten dann mache ich eine kurze pause und gehe dann erst weiter nach hinten und ich mache einfach immer zwischendurch kurze pausen mal gucken wenn es nochmal passiert höre ich auf also wenn es nochmal passiert dann beende ich die folge hier so hier geht es kurz mal etwas schneller wir waren glaube ich fast bei 20 minuten und es gab noch keinen zeltenden gold betrag sind wir schon bei 14 ich habe nun pausenfliegen durch gemacht scheiß drauf also bis zum nächsten mal tschö tschö euer paxis daumen nach oben ja wir haben Vielen Dank.